Hallo liebe Stellhalter, in diesem Video möchte ich einen kurzen View über alle Soft-Märkte, zumindest die schönen handelbaren, machen und wie da die aktuelle Situation so aussieht. Fangen wir erstmal an bei Baumwolle, da verlinke ich euch nochmal das Video. Da habe ich erst vor ein paar Tagen ein Video gedreht. Baumwolle ist für uns, wenn man die Commercials-Daten anschaut, noch der, Anführungszeichen, schönste Soft-Markt aktuell, also Soft-Märkte, Zucker, Kaffee, Baumwolle, Kakao, Lamba, tun wir zwar ausklammern, also die ganzen, ich nenne es immer Frühstücks-Märkte, da sieht halt Baumwolle noch am schönsten aus. Wenn ich hier die Commercial-Position anschaue, sind wir noch eher long. Wie gesagt, nochmal das Video anschauen, aber jetzt auch nicht die allerschönste Position, worauf wir erwarten, dass wir nochmal die Tiefs von der Corona-Krise sehen. Das wäre dann nochmal ganz schön, vielleicht auch dann mit Putz einzusteigen, solange sich natürlich die Commercial-Position nicht verändert. Aber was ist das Spannende jetzt bei den Agrar- oder bei den Soft-Märkten? Schauen wir mal Zucker an als nächstes. Die Preise sind natürlich hier auch gerade bei Zucker richtig krass gefallen. Also im Zuge der Corona-Krise 50% fast oder ziemlich genau 50%. Das ist natürlich richtig übel und dann könnte man meinen, juhu, endlich können wir mal günstigen Zucker rein. Und hier haben wir auch in den letzten Wochen schon ein paar Warn-Videos gedreht. Ja, wenn ich mir halt jetzt die Commercial-Netto-Position anschaue, also ich weiß zwar nicht, wie man jetzt ein Long-Signal erkennen kann, aber ich erkenne meilenweit noch keins. Ja, auch kein Short-Signal, aber ich erkenne hier wirklich kein Long-Signal. Da müssten wir hier eigentlich hier oben stehen. Wichtig ist es auch immer, ein bisschen im Kontext zu sehen. Und zwar, wenn die Preise hier so stark fallen, dann müssten die COT-Daten oder die Commercials eigentlich sofort anspringen und Future-Kontrakte ohne Ende kaufen. Das haben sie auch, aber nur stückchenweise. Wenn ich jetzt preislich, waren wir schon mal im September 2018 hier, da waren die COT-Daten viel bullischer. Und das sind wir noch lange nicht. Deswegen gehe ich auch erstmal davon aus, immer aufpassen, man kann immer 10, 20 Prozent Erholung machen, aber es ist für mich jetzt immer noch kein Einstieg für ein Put. Da müssten wir halt wirklich nochmal vermutlich ordentlich nach unten laufen und erst wenn wir hier in diesem Bereich sind mit den Commercial-Daten, möchte ich auch in Zucker einsteigen. Das hier habe ich ganz stark letztes Jahr getwittert und Videos gedreht, dass wir hier rein sind. Da haben wir natürlich auch nicht alles perfekt mitgenommen, aber das war ein wenigstens ein schönes Signal. Und sind wir auch ein bisschen zu früh raus, aber haben auch wenigstens hier von der Rutsche nach unten zwar nichts mitgenommen, aber auch nichts groß verloren, beziehungsweise gar nichts. Bloß diese Situation wie letztes Jahr sehe ich hier aktuell absolut nicht, worauf wir dann einfach ein bisschen die Füße stillhalten. Noch zwei andere Märkte. Kaffee, brauchen wir glaube ich auch nicht lange diskutieren. Preise relativ seitwärts Bewegung, aber auch hier die Commercial-Daten meilenweit von einem Long-Signal unterwegs. Wir sind hier fast sogar eher Richtung Short-Niveau, wobei ich das jetzt auch nicht auf so einem Preisniveau handeln würde, aber auch brauchen wir uns nicht unterhalten. Meilenweit kein Long-Signal. Kakao spricht zwar fundamental eher was für steigende Preise, aber ich würde es jetzt auch nicht handeln. Da brauchen wir auch noch ein bisschen, also ich hätte gerne noch ein bisschen fallende Preise, dass wir hier auch ein bisschen weiter oben stehen. Denn Kakao ist jetzt auch nicht der allerschönste Markt zum Handeln mit Optionen, deswegen halten wir auch uns erstmal unsere Füße still. Also wer erkennen kann, eher kaum Einstiegssignale, beziehungsweise müssen wir noch abwarten. Baumwolle ist das Einzige, was eher auf die Watchlist gerade aktuell fällt, aber da möchte ich auch noch mal 10, 15 Prozent Preisverlust sehen, bevor wir da unsere Puts handeln. Wichtig, immer Bull-Put-Spreads, dass auch im Zweifel nichts groß anbrennen kann. Ja, das war mal ein kurzer Blick über alle Soft-Märkte, oder zumindest die schönen Soft-Märkte. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen, oder lasst gerne einen Kommentar da, was ihr gerade in den Soft-Märkten handelt. Und wir sehen uns, passt auf euer Geld auf. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.